Carmen Kroll, besser bekannt als Kamuschka, hat aufregende Neuigkeiten. Sie und ihr Mann Niklas erwarten ihr zweites Kind, und endlich verraten sie das Geschlecht. In einem emotionalen Instagram- Video malen sie zusammen mit ihrer Tochter Matilda eine Leinwand für den Neuankömmling. Am Ende des Videos erstrahlt die Leinwand in zarten Rosatönen, es wird ein Mädchen. Carmen teilt ihre berührenden Worte und Emotionen mit ihren Followern. Ich hoffe, du hörst Tillys Stimme, wie sie dir ihre Geschichten erzählt, und spürst, wie stolz dein Papa schon jetzt ist, die Vorfreude ist riesig, und die Familie kann das erste Treffen kaum erwarten. Doch der Weg zu dieser zweiten Schwangerschaft war nicht leicht. Nach der Geburt von Matilda wuchs der Kinderwunsch stark, und die Freude war umso größer, als Carmen im Juni endlich verkünden konnte, dass sie wieder schwanger ist. In ihren eigenen Worten beschreibt sie die Achterbahn der Gefühle und die überwältigende Freude, die sie jetzt zulässt. Schaut euch das emotionale Gender-Reveal an und seid dabei, wenn Kamuschka ein weiteres Kapitel in ihrem Familienleben aufschlägt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Updates von Kamuschka zu verpassen. Teilt eure Glückwünsche und Gedanken in den Kommentaren.